Kannst du mich hooken? Ich muss rotieren. Oh, ganz schwierig. Ich schwimme einhändig, ich schwimme einhändig. Ich bin auf dem Weg. Ja! Reparier mal, Tore. Ich laufe. Ich laufe. Hey! Ja, Oma. Wir schießen auf ihn mit den Magic Boys. Das ist mutig. Oh Gott, ich schieße schon wieder. Ich sehe so schlecht. Ich schau mal, ob ich das Skelett da rauskriege. Sie drehen. Nee, ich geh schon hin. Hab ihn, hab ihn. Oder so. Ich muss aufmachen, ich muss aufmachen. Hoch, wenn es geht, die Segel. Ich mach. Ich mach. Ich nicht. Ist wahrscheinlich mein Problem. Ich krieg die einfach nicht getroffen. Ich hab keinen Winkel mehr. Ich hab keinen Winkel mehr. Du musst links drehen. Okay, aber Mast fällt. Mast fällt. Wir haben einen, der hinter uns schwimmt. Wir haben einen, der hinter uns schwimmt. Ja, wir müssen in Bewegung bleiben. ... Mensch. Schieß? Das ist gut. Hallo, ich bin ein Skeletto. So, Alainio, komm mal zurück. Die nächste Brick kommt von rechts. Oh Gott, hatte ich gerade einen Leck. Erstmal einen Shot auf den Steuermann. Er kann eher runter als die Pommes schicken. Kommt rüber. Was sind denn hier mit meiner Steuerhundbrusse? Okay, er kam doch nicht ran. Ich lösche uns. Sehr gut. Ich bin am Linkstraining. Achtung, die stecken Border rüber. Alainio, nein, 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 Alainio, du schaust nach dem Border. Da kommt ein Border. Geht du an die Leiter. Ich mach den Mast hinten, du gehst an die Leiter. Der kommt wahrscheinlich rechts, kann aber auch links kommen. Du passt auf den Border auf. John dreht uns, ich mach den Mast. Du guckst nur, dass der nicht rankommt. Segel kann auf, John? Ja. Okay. Der war zu weit links. Alter, ich drehe nach links, dann kriegst du ihn vielleicht besser. Alter, ich habe so krasse Build-Lags gerade immer wieder. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, was los ist. Achtung, wir versuchen uns zu hooken. Ja, haben gehuckt, aber dann können wir jetzt, glaube ich, nach rechts, ne? Ich komme leider nicht dran, gerade mit dem Winkel. Ich ramme die hier in die Insel rein. Achtung, wir, nein, wir fahren hier gerade in eine Sloop. Ja, das wird ne scheiß Nummer, aber mir fällt gerade nichts besseres ein. Sag mal einer, was? Ich sag was. Recht. I say, wuuu. Ey, ich schieße zu hoch. High wave. Spieler jetzt. Ich bin tot. Das ist sehr ungünstig. Die rammeln uns jetzt. Ja. Das ist sehr ungünstig. Wir haben einen an Bord. Er ist runtergesprungen. Es geht wieder hoch, geht wieder hoch, geht wieder hoch. Ja, ich bin von Bord. Okay, wir haben sie, wir haben sie. Wir können hier übrigens verkaufen. Nicht, äh, bitte nicht. Warte, ich verkauf den Loot von denen schnell. Fahr du einfach weg, John, erstmal. Ich verkauf den Loot von der Dings. Da ist ne Athena-Kiste dabei. Kommt her, ihr Penner. Da ist ne Lechi-Truhe, verdammt. Oh, wir kriegen ne Schaluppe ins Spiel. Ja, es kann sein, dass die von gerade ist. Achtung, Spieler, Spieler. Der wird wahrscheinlich auch raufkommen. Ich gern die rechte Leiter. Gut, getroffen. Hat du gleich noch auf rechts. Das ist halt immer das komplette Bild. Das ist halt übel. Uh, die Schalupper machen das. Ja, jetzt haben wir sie. Wir gewinnen den Kanonen-Fight. Der eine ist tot. Oh, wir haben ganz viel Wasser. Alles gut, alles gut. Ich mach jetzt mit beim Reparieren. Alainio kann weiterschießen. Ich kümmere mich ums Reparieren. Die Brick ist down, die Brick ist down. Die Brick ist down, Brick down. Jetzt versucht die Sloops mit uns. Ich kann auch mal rübergehen, warte. Wenn die eh stehen. Die fighten dort. Weiterhin viel für niedrige Shots. Weiterhin viel für niedrige Shots. Ich lass mal nur Alainio machen. Ich schau, dass ich draufkomme und die einfach... Ich mach das Segel ein bisschen auf, Alainio. Ja. Dass wir uns mal ein bisschen bewegen. Jetzt kriegen wir Chains. Aber der ist zu kurz. Weiter. Press an. Ich hab einen zumindest down gekriegt, aber da sind sauviele Leute drauf. Du bist aus der Sloop oder der Brick? Der Brick. Okay. Ich glaube, es gibt nur die Sloop. Der Sloop gegen unsere Brick. Ja. 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 Ich bin. Es war eine gute Kampf. Es war eine gute Kampf, wirklich. Ja. Die Brick ist sank. Die Sloop ist jetzt auch sank. Wir haben alle weggemacht. Wir haben jetzt vier Schiffe weggemacht. Wir haben alle weggemacht. Danke. 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 Danke.